Ein herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Budokai 3 und wir spielen heute mit Krillin Ja so schnell geht das mit Krillin habe ich eigentlich kann man das für Charaktere kann eigentlich alles hier freischalten Müsst es ich weiß es nicht ich guck na ich muss mich mal schlau machen Vor langer langer Zeit gelingt noch ja das wissen wir wissen wir wir spielen Krillin jetzt Verfix die Saisons wurden schließlich von Coco Piccolo besiegt aber in einem Jahr kommt stärkere Wesen Zeitanzahl was sollen wir bloß tun wir trainieren Und ich habe ein paar Sachen gesammelt wir machen uns früchte mein Trainings Geheimnis Kleid und Dennis Erholung ein paar gesammelt So wir sollten Kamei Haus machen wir das doch Drei Mord sammeln will ich hey 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 du da Da könnte bloß so unhöflich sein Na wer schon ich bin's Oh hey ich erinnere mich an dich du bist äh Aigrobi Nein Jairo was heißt er nicht Jairobi Merk dir das so Schwachkopf Karin hat mich geschickt um dir Nachricht zu überbringen Er weiß bereits über alles bescheid und sagt dass du gleich kommen sollst Gott wird dich trainieren Was wirklich ich werde hinkommen so schnell es geht Alles klar mein Job ist hier erledigt ich verschwinde Ja dann machen wir das doch Kommt der zurück Geh in Deckung, Shichu ist in Anmarsch Das ist gar nicht gut ich weiß dass Goku und Koha hier sind wo sind sie im haus Äh Ah tja Was Piccolo hat ihr mitgenommen? Hier konnte das passieren wo ist Goku? Äh ist äh tot Ja So einfach ist das nur was wie was? Hör auf einfach Black Screen zu machen Himmel Ach dieser Abschauer was habt ihr getan? Ihr Ki bewegt sich auf das große Ki zu Es passiert alles viel schneller als erwarte Beeilung Ja Dann dreh ich mal um Und dann fliegt man da hoch Und dann äh In den Ebenen Da Hallo Da Das immer so eklig ist ne? Das immer so eklig ist mit den Navigieren Wenn die Dinger gerade so untereinander sind So Oh man Dafür ist es ein bisschen Ich werde zeigen aus welchem Holz ich geschnitzt bin Gigi Äh ja ok dann machen wir ihn fertig Wir sind Krillin Wir sind die Klatze Nummer 1 in diesem Spiel Ja aber der ist ganz gut Der kämpft relativ okay Der kämpft tatsächlich ganz gut Hätte ich nicht gedacht Bisschen abwechslungsreicheren Kampfsleiter Guck Du wichst Klappen Also ich werde es umgebracht Naja Hecht gehabt Hey gang So geht der Kampf auch schnell vorbei ne So wir investieren mal in Attacke Ja Man sollte ein bisschen auf Attacke skillen Denn die Kämpfe gegen Buhu sind natürlich eklig Ich weiß jetzt nicht ob Krillin gegen Buhu hemmt Aber die sind immer eklig Nächte mal wiederzutreffen Muten Roshi Oh Krillin scheiß gewachsen zu sein Ja aber Ich werde mir nicht sicher Ich bin mir nicht sicher Dass ich gegen ihn gewachsen bin Sie sollen noch stärker sein als der Der Goku Töte hat Krillin hast du denn gar kein Vertrauen in deine eigene Stärke Wenn dem so ist Heißt das du hast nicht genug trainiert Du hast keine Zeit Du hast keine Zeit für Leer Mach dich auf den Weg Ja 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 Verstanden Danke Muten Roshi Vielen Dank So ab und auf in die Ebenen Und dort mal ein bisschen gucken was Sache ist Okay Dann darf ich jetzt auf die Fresse hauen Anscheinend schon Yay Yay Oh Nappa Was geht Er ist ein ziemlich hässliches Monster Alter Krillin Krillin haut raus ey Er ist ein richtig hässliches Monster Guck dir mal du hässliches Kratzenkopf Alter Guck dir mal an Klappse Hässliche Rüstungen Kommt mir mir H Bugs an Kommt mir die Kraft stark Krillin ist Alter Guck dir's mal an ey Wenn das nicht wahr Dass man das nicht überspringen kann Das geht auf den Sack So Du Nappenfresse Alter Aua Aua Wann kann er sich nicht mehr für dich Lass uns was denn auch Supermensch Da ist der Tod Hier Lol Trottel halt Kopfnuss Alter Ja ja So Neu Level gestiegen Ich mache einmal noch Adapter Attacke Bis um 500 Gehe ich mal kurz auf Gesundheit hoch Ein bisschen ausgewogen Sollte man schon spielen Ja Schluss mit lustig Ja 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 Kennt man schon alles So Das war die Das war die Saiyajin Saga Nice ne Das geht ziemlich schnell So Fortsetzen Ja Kennt man schon Braucht man ja alles nochmal durchkauen Ja Warte Ach das kennt man auch schon Mit der Gohan Story Okay Wir sind jetzt In einem hässlichen Anzug Und Sind Hier müssen wir hin Zum Oberältestenhaus Denn da lebt der Wer hätte das gedacht Der Oberälteste Für Erfling besitzt du Wahrhaft außergründliche Fähigkeiten Und dennoch stecken noch Schlafwürde Kräfte in dir Bitte erlauben sie mir Sie nicht zu wecken Ich habe mich schon Vorausgabe Ich bezahle Dass ich noch über Schlaf der Kräfte verfüge Ah wow Kraft Eine Menge Kraft Für mich großartig Ja das Wird jetzt toll Wir können jetzt Das Grilins Potenzial Machen wir mal Geheimskleidung weg Geheimskleidung weg Und hauen wir mal Potenzial verfügbar rauf Und dann Krillin trägt sich um Und dann fliegen wir Nach da Und da ist Planet Namik Ja wer hätte das gedacht Ne Ist wir auf Planet Namik landen Jetzt Mehr ist nicht drauf Ich hoffe dass das noch nicht alles war Sonst fühle ich gleich Feierabend Aber ich fass nicht Da kann ich überhaupt nichts anhaben Gute Nacht Süßer Prinz Vata Darf ich jetzt auf die Fress hauen Anscheinend schon Gut Es wird nämlich geladen Und wenn es lädt Dann heißt das Es wird gleich gekämpft Gut Versiegen den Feind Machen wir Verwandlung Super Mensch Er hat nur keine gelben Haare Weil er Dings ist Weil er eine Klaz hat Deswegen Aber immer besser Eine Klaz hat so eine Frisur Wie der Gegner hat Oder was sagt ihr dazu Also ich möchte nicht so eine Frisur Mit Rikum haben Nein 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 Kredit ist ganz schön stark Also ich Also man kann Richtig gut mit ihnen Spielen Hätte ich nicht gedacht Aua Aua Sag mal Der nervt halt wirklich ne Spass dir ey Stirb einfach Neuer Level Ich geh mal auf der Tacke Ja geht in Ordnung Ist ja nur Krillin ne Ist ja nur Krillin Gut Kennen wir alle schon Geil Dann fliegen wir Zu Hierhin Zu Dings Zu dieser Insel Schön ne Aufdrehen wir beschwören dich Damit du unseren Wunscher füllst Was los Wo ist der Drache Vielleicht hast du es falsch aus Gapfel aufgesagt Jemand ist hierher unterwegs Krillin Ja Zwei Jemanden Und zwei auch immer Sie sind ziemlich böse Das sind die kommende Kommando Schnell versteckt den Gohan Goku Bin vielleicht frohlich zu sehen Du bist dieser dofe Ginyu Loll Krillin ist doof Krillin ist doof Denn es ist ja Ginyu Was ist los Goku Du siehst ein bisschen cool aus Was ist mit dem Scouter Haha Wirst du das wirklich wissen Okay Wir hauen ihn aufs Maul Egal Denn Ginyu kann ja Nichts von Goku Kritik gut kontrollieren Weil er dumm ist Siehst du Solin ist viel stärker Aua Oh oh Solin sagt Kammerha viel schneller Aua 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 Wir haben ihn ja gleich Wir haben ihn Wir haben ihn Wir haben ihn Kick in his Hässige Gesicht kaputt Alter Trottel 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 Den Krillin Schande 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 Neues Level Reicht Drei Punkte Wann machen wir Gesundheit Wenn wir schon drei haben Kann man uns ja sowas Machen Dann macht man halt sowas Ne Was Ich verstehe das nicht Dieser Körper sollte viel mehr Kraft besitzen Weil der Körper ist alles in Ordnung Der Lenker ist das Problem Wieso gibst du den nicht einfach auf? Genau Warum gibst du den nicht einfach auf? Ich hab keine Ahnung Vielleicht weil der nicht aufgehen mag Egal wir gelangen jetzt hier Ja wenn ich mich anschließt kann man gewinnen Ach ja Ja Darf ich jetzt kämpfen Darf ich bitte Please La 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 Oh Gott Die werden ja mehr hässlicher Ich hoffe du bist soweit Dieser werde ich dich nicht schonen Er werde ihn durch lächern Oh man was für ein Albtraum Ja mag sein ne Das ist ein Albtraum Alter Die Typen sind immer im Unterwäscher unterwegs Ich weiß auch nicht Ich weiß auch nicht Ich weiß auch nicht Ich weiß auch nicht Und dann machen wir kann er mehr Wenn er uns lässt Aber doof ich weiß Ich weiß Weil aus der Entfernung Ich treffe sowieso nicht Schön Nein trifft mich nicht Nein du hast mich nicht treffen Stirb Pisser Oh oh Der Ende gegen Frieder gewinnen Mit den super Menschen Das hast du mir gedacht Hast du gedacht Du Ne Da hat er gedacht Da hat er gedacht Au Er denkt Er denkt er gewinnt noch Oh nein 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 was mach ich das Trottel Guck mal wie stark Äh 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 ähm 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 Krillin ist Das hätte ihr dir gar nicht zugetraut ne Guck Frida die Pissen helge alter Hätte ihr gar nicht zugetraut ne Ich weiß Aber Krillin ist der Held der Geschichte Das muss man wissen Er stirbt zwar sehr oft Und hat nie Glück außer dass er C18 bekommt Aber Ne Ihr wisst schon Dieser kleine Feuerschluss war nur ein Glücksfaller Ich kann dir garantieren dass es nicht mehr vorkommen wird Ach halt's Maul ist eine Ausrede Allein kann ich nicht besiegen Ich kann nicht mehr tun dass noch etwas Zeit schimpfen Okay dann schimpfen wir mal Zeit Indem wir uns umdrehen Und dann hier landen Auf Planet Namek Äh 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 Gohan Werde dich retten Gohan Ach halt's Maul Das kriegen wir jetzt Heftige Destructur-Disc Okay cool Geil Hä die heftige Nicht die leichte Nicht die 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 Sanfte Schwammige Destructur-Disc Sondern die heftige Weil sie heftige ist Wisst ihr So Und dann setzen wir die heftige Destructur-Disc auch ein Wie soll man so wirklich leben Okay Ja geil Okay Es ist ja Okay Wir landen auf Vor allem zu Supermenschen Und dann gehen wir in diesen komischen Modus rein Und dann machen wir die heftige Destructur-Disc Er hat verkackt Das ist gut Hier Spür sie Heftige Destructur-Disc Nicht leichte Guck mal Ein, zwei, drei Vier Trottel Au 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 So Er ist der tot Da haben wir die Welt gerettet Ja auch Okay Nice Er hat uns gekonnt Ich wollte ihn eigentlich in den Kopf losgeben Aber er hat mir den Kopf losgegeben Und jetzt macht er Ende der Oh Mann Das ist so unfair Das ist so unfair Ja machen wir nochmal Nein 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 Äh, äh Au, au Au, au 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 Au, au, au 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 Du bist so ein Lachsnacken, Alter Lass mich doch mal in Ruhe Nein! Nein! Oh Gott! So, Supermensch! Verwandlung! Ach, du bist so ein Hurensohn, Frieder! Alter, bist du ein Hurensohn! Gut, dass ich hier nichts zensieren muss, sondern nur ein Splatoon. Alter, Alter, Alter! Ey, das ist nicht wahr. Alter, was geht mit dem ab? Du scheiße, in den Klatsch, Alter! Ist nicht wahr, ne? Ich weiß, ihr versteht wahrscheinlich genauso wenig wie ich. Oh! Mann, Krillin, sei doch kein Trottel. Mach hinne! Er ist doch da so gut wie auf deiner Augenhöhe. Ich mach ihn kaputt. Alter, es geht mit dem Freezer ab! Steh auf, Pissnäcke! Krillin, du auch! Alter, was geht denn hier ab? Verwandlung! Verwandlung! Geh in den fucking fucking modus! Ja! Und jetzt kommt die heftige Struktur-Disk! Oh Gott! Ja, Krillin, du sagst es! Ah, man! Tod! So, mehr Angriff! Alter! Meine Fresse, wieso sind manche Gegner einfach so unfassbar stark und manche wiederum so nuschig? Du kleiner Wurm, du hast mich für ein paar Kratzer zugehört, aber du wirst mich niemals besiegen können! Goku! Und das war's! Er ist halt, nachdem Krillin getötet wurde und so. Wir haben Skiller halt, was kriegt denn? Zeitpunkt um 18. Kann jetzt ein Duell, Turnier und Übermachtung verwendet werden. Oh, das ist auch schön! Das ist auch schön! Das war's! Das war's! Das war's auch mit Krillin! LOL! Irgendwie ist das schnell! Sogar sehr schnell! Kann man gucken, dass wir noch mal den Charakter, den wir jetzt als nächstes nehmen, für den nächsten Part. Faustus speichern! Joop! Ja, 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 ja! Fortsprechen! Danke, danke, danke! Äh, weiter? Glaub ich? Ich weiß es gerade nicht. Ähm, als nächstes nehmen wir jetzt den Charakter, den wir jetzt als nächstes nehmen, Pickelpo! Freut ihr euch? Ich freu mich auch! Und... Ja, ja, ja! Ich weiß, ihr seht ja hier Brokkoli, aber... Der kommt erst am Ende vom Let's Play, denke ich. Das ist eine letzte Story. Das sollte man genießen, die Story. Deswegen werde ich erstmal als nächstes mit Piccolo weiterspielen. Ich bedanke mich erstmal auf jeden Fall fürs Zusehen und... Haut rein! Bis zum nächsten Mal bei Dragon Ball Budokai 3! Tschüss! 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 Sample